Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Let's Play Overwatch. Wir sind hier natürlich wieder in einem Raincat und wieder mit Soldier, das ist ja klar. Ich spiele ja nur Soldier im Moment. So, ja ich möchte halt als Ziel die 2000 Erwettung wieder erreichen. Ich war kurz einmal auf 1700 unten und wenn ich jetzt dieses Spiel gewinne und mindestens 27 Rankingpunkte bekomme, dann habe ich die 2000 wieder. Die Rechnung kommt per Post. Ja. Speak. Speak. Das schreit jemand nach einer Abreibung. Hehehehe. Angriffstraße beginnt in 30 Sekunden. Ich habe immer davon gekämpft, um deiner Seite zu gehen. Ja. Der einzige Traum war immer nur, dass er das Leben. Ich habe mich gerade gefragt, worum geht meine Helix-Rakete nicht. Ich habe mich gerade gefragt, worum geht meine Helix-Rakete nicht. Ja. Wenn ich so dumm rumspiele in der Basis. So, mal schauen, haben wir hier etwas. Überraschenderweise nicht. Leck mich. Sie haben eine Widowmaker. Ah, sie hat mich mit der Kugel getroffen. Das hat mich wahrscheinlich so schnell gekillt. Ausruhen kann ich, wenn ich tot bin. Bastion? What? Fuuuck. Warum Bastion? Ich hole mir jetzt die Widowmaker. So, Mercy down. Dein Ultimate läst dich noch auf. So. Gehen wir mal auf den Punkt drauf. Hier fackeln wir nicht lange, Freunde. Soll ich ulten? Hier lohnt es sich nicht zu ulten. Und dann... Zerwal. Oh, 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 oh. Ah, da. Ich dachte schon, ne? Das hat mir jetzt so Damage gemacht. Die Frage ist, wo ist Widowmaker? Yes, Baby. Oh, da oben ist sie. Ein Down, der macht nichts. Oh, naja, gut, ich konnte wenigstens ihre wichtigsten, also einige ihrer wichtigsten Spieler eine Zeit lang beschäftigen, das ist völlig okay. Wenn ich habe beide ihre Heiler und ihren Sniper alleine beschäftigt, also, was willst du noch mehr? Ja, das war nicht so gut. Das war nicht so gut. Vor allem hatte ich die Sphäre der Zwietacht von einem Senjata. Ah, da. Na ja, gut. Er hat mich gesehen. Hm. Gleich scheppert's. So, ich hab's, Enjata. Nein! Ich sterbe ein bisschen viel in diesem Spiel. Hm. Ich verreck' echt viel zu viel. Gut, Herr Schloch. Kommt hier und heilt euch. Wirst du mich verarschen? So, geht doch. Oh, das ist ein Best-Spiel, ich hab sie nicht gesehen. 12-6. Ungewohnt schlecht für mich, irgendwie. Ungewohnt schlecht. Okay, Senjata ist doch schon mal tot, das ist, das ist, das ist gut. Okay, wir haben immer noch 3 Minuten. Sollte definitiv ausreichen. Oh Gott. Ich wusste, dass du es gabst. Meine ultimative Fähigkeit ist fast bereit. Wir müssen uns vereinzelt. Wir müssen uns vereinzelt. Oh Gott. Was ist das von hier? Was ist das von hier? Was ist das von hier? Ich hab's nicht, Kollege. Ich fass' es nicht. Ich fass' es nicht. Ich fass' es nicht. Der ist gut. Der generische Sanierter ist wirklich gut. So, und ich probiere jetzt mal von hier was zu kriegen. Genau, hier wollte ich eigentlich durch. So. Mann, ey, oh, Mann-O-Meter, du. Ich komme nicht zu meiner Ult. Nur noch ein kleines bisschen brauchen wir. Lasst mich wenigstens auf meine Ult machen. Das war eine richtig... bad Ult. Oh, kommt schon, sie haben nur Squishies unterwegs. Okay, Mercy Down. Oh, ich wollte gerade schreiben Mercy Down, aber... Sag mal, der scheiß Senierter geht mir langsam ab und sagt... Der gegendische Senierter ist wirklich stark. Stirb, stirb, stirb. Noch 10 Sekunden. Nein. Machst du nicht. Runde 1. Abgeschossen. Ho. Was eine Runde, du. Punktestand. 3 zu 0. Seitenwechsel. Beziehen Sie Verteidigungsstellung. Wählen Sie Ihren Helden. Ja, ich probiere es mal mit der Junkrat-Offensive hier. Also es wird sicher nicht leicht. So. Es kann langsam losgehen. Ich weiß nicht, was ich sagen habe. Oh, es ist besser. Ich kann mich kaum behelfen. Probieren wir mal, eine Falle zu stellen. Am Eingang. Dürfen wir mich einfach irgendwie nicht erwischen. Gehen die meisten raus hier. Ja, wahrscheinlich haben sie mich gehört oder gesehen. Achso, ich nehme es an. So. Ich konnte meine Dings nicht zünden. Loh. Aber es ist halt so. Wow. Der Senata wieder. Okay, nee. Dieses Mal war es McCree. Du heilige Scheiße. Ja, du sagst es, Junkrat. Heilige Scheiße. Okay. Let's go, Freunde. Boah, ich hatte keine Munition mehr, um ihn zu töten. Okay, sehr schön. Ah, ich sterbe gleich schon. Come on. Durch. Lass mich verarschen. Okay. Wo haben wir sie? Da in der Ecke? Nee. Lull. Zwei Spiele haben das Match verlassen. Ich hab die Kimbees. GG. 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 Ich hab's sicher mal ein bisschen Zeit. Okay, da sind sie wieder. Tschüss, Soldier. Ich muss irgendwie über den Schild probieren. Oh, so erwische ich sie nicht. Ja, wenigstens ein. Wow, wer war das? Okay. Zehe ich ab. Nein! Why always me? Ich hab keine Old. Kommt schon, Leute. Wir schaffen das. We can do it. Uh. We can do it. We can do it. Jawohl. Match abgeschlossen. Endpunkt der Stadt. Da habe ich aber uns auch mal gerettet. Die war wichtig, die Old. Die war verdammt wichtig. Jawohl, noch ein Highlight. Da sehen wir es nochmal. Ja, die Pharah habe ich auch erwischt. Die hat man noch gar nicht gesehen auf dem Screen. Puh, aber ich muss definitiv meinen Kollegen hier einleiten. Ja, da hat er echt gut gespielt, der Kollege. So, ich würde mal sagen... 2001. So, ja, ich habe die 2000er Wertung erreicht. Das war es dann für heute, meine Freunde. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend. Tschüss. Vielen Dank.